hallo und herzlich willkommen zurück ist ja cool ich habe gerade einen modus heraus entdeckt wenn man f9 drückt da ist mein aufnahme starten dann passiert sowas hier ist ja cool ok jetzt werdet ihr wahrscheinlich jedes mal so einen start sehen bei mir jetzt warten wir ja die ganze zeit auf dingen auf und gering auf ziegelsteine gleich kommt die erste fuhr ok kriegen wir auch schon so hin jetzt genau haben genug holz das ist super aber gerade so die wege hier würden wir glaube ich besser mit mit holz ausbauen kann es vielleicht sein dass die arbeiter da nicht hin kommen war mal da noch ein weg überbauen die ernte fährt ein ach gott ich die fehlt auch noch kommen ziegelsteine was ist denn da los ich bin nur ein kleines zahnrad aber sie sie bedienen die ganzen hebel okay meine frau meinte ich könnte sie ja mal fragen dann hat er mich blöd angegriffen ja wenn arbeiter arbeiter hat etwas für sie holen sie das geschenk hier ist aber wo hallo schäfer bei mir zu hause ich dachte ja darauf hätte ich jetzt nicht gewettet ich weiß jetzt gerade was ich da machen soll haben sie noch nie hilfe gebraucht wollen sie sich das geschenk ihres einwohners ab ja wo ist denn der es mangelt an arbeitskraft muss ich denn jetzt suchen oder was ach da ich brauche hilfe bei einigen kleinen problem ja das hier sollte ich wohl besser einem stadtmenschen vorlegen ist froh dass sie halt da kann man doch ach da haben wir es doch okay dann können wir hier auch bestimmt gucken ach der ist da nur ein wenig beachtung alles klar ich habe optimierungsmöglichkeiten aufgetan die du angehen solltest was hast du schon jetzt gemacht in der handelskammer was nutzt items um die umliegenden produktionen zu verbessern das ist doch dann hier am besten so ist doch dann gut in stand gespeichert brauchen das auch ziegel heute gibt man mehr ziegel ab hier wieso habt ihr so wenig arbeiter brauchen wir noch mehr häuser brauche ich mal hier noch häuser hin jetzt dürfte aber genug haben oder oder müsst ihr bessere arbeiter haben das kann natürlich auch sein ja man muss die aufstufen hier ringsum aufstufen vom zentrum aus schon ist voll eine handelskammer ja bin ich ja dabei das brauchen wir auch noch brauchen wir erstmal das hier ich glaube das ist wichtiger was kann man hier bauen hafenbrot ich bin ja auch mal ein bisschen erkunden mit dem schiff ne guck mal rein ist doch bestimmt eine leuchttung oder sowas gewesen das sieht aus wie irgendwas im wasser ach cool da will ich jetzt ein bild machen dann da kann man schnell zugriff machen dann hat er mich blöd angekriegt und sein schnupptabak überall verstreut die sprüche sind voll cool ich störe nicht mal die nachbarn auf gib mir noch ein ziegel wie sieht es denn bei dir aus produzierst du schneller als die produzieren wir wären dann soweit die großen gönner leibhaftig zu treffen ist ein solches privileg wenn ich irgendwas für sie tun kann egal was sagen sie ist einfach und ich begebe mich unverzüglich ans werk neue gesellschaft schlägt wurzeln ach das kann man jetzt aussuchen zeitungsartikel zufriedenheit plus fünf aufstandswahrscheinlichkeit verbringe ich gern am tritt das ist glaube ich bestimmt nicht schlecht aber zufrieden da gibt es auch kein aufstand ach so was kann ich jetzt victorien ein feuer ist ausgebrochen ja dann warte mal ganz kurz ach da kann man jetzt noch aussuchen was du rein musst oder was kann ach komm köffentlich noch mal wo ist das feuer stau stau da ist oh gott schneller ach du heilige meine oh gott schnelles gebäude hier bauen löscht meine kleinen alles ist verbrannt ich hoffe das schaffen die ich bin auch schon dabei Hör auf das sind ja auch Strohhäuser kann man das jetzt reparieren wird das automatisch repariert ja das schaffen die gut ich brauche doch unbedingt die schnelleren straßen schon wieder alle achtung ich die flammen wurden gelöscht jetzt so nicht dass ihr immer zu wenig arbeiter habt sie haben ein neues zwischenziel erreicht uuuh neuer staat ist hafenstadt uuuh jetzt kann ich was ändern hier oder was eine kirche können wir bauen oh gott ist die groß unteuer boah die bauen wir so hin cool cool das ist gut dass man das schon mal machen kann naja irgendwie ach mit der schäferei kann man jetzt auch segel herstellen da machen wir gleich noch eine hin machen wir hier oben noch eine hin oder hier oder hier machen wir hier eine hin ok ja und dann machen wir hier gleich noch so ein segelweber so eine segelweberei hin machen wir hier die straßen weg die machen wir weg da zerstören so die segelweberei brauchen unbedingt hier mehr arbeiter also schnellere produktion die frage ist ob der mehr produziert als der hier ja eigentlich schon ne könnten wir theoretisch zwei ziegelstein herstellung so was bringt denn der hier weg ja guck mal der bringt doch ja wo bringt der das hin ach der bringt das hier runter ne ja seht ihr die produzieren mehr leben als als die gesteine aber das ist eine gute idee aber der kriegt irgendwie nichts ab ja die beliefert ihr nochmal und geht das material aus ne geht euch nicht da ist genug na guck mal na guck mal die können vier leben aufnehmen und dann produzieren sie lieferst du jetzt runter oder ah jetzt haben sie ok machen wir uns jetzt auf einmal spielstand gespeichert das kriegen wir auf jeden fall schneller leben ok ok das ist schon mal gut 10 lehm ne 10 ziegel 50 25 holz da kriegen wir gleich holz können wir schon mal hier die handelskammer bauen na auf na auf geht doch ach das sind so sachen als produktivität dann können wir das ja mal hier bei den ziegel hin machen ne geht das überhaupt naja ok ok ja anscheinend kann man das nur hier rein setzen jetzt musst du rein ich weiß aber nicht ob man das 35 prozent und weniger unterhaltsfrost ich sage nicht ich hätte es nicht für möglich gehalten weiß nicht ob das jetzt noch was bringt wenn ich also kann ich das hier raus machen ach komm hau mal rein da ist ja auch das essen dabei und so ne das ist glaube ich nicht schlecht können wir wieder ein paar häuser aufstufen so jetzt fehlt uns wieder holz ja weiter 100 prozent was sieht es denn aus lagern die holz ohja dann können wir noch ein säge weg bauen bauen wir noch hier einzeln wie sie alle immer von vögeln wach sind und die nachbarn lieben wir haben noch was neues hier kleiner hafen oh was ist denn das alles hier ah da kann man die mauer erweitern segelschiff werft oh depot das ist so was ist das das ist kleiner kontor depot ist glaube ich nicht schlecht man muss dahin na war doch grad gut freier haf da gehts ok dann gehts da hafenmeisterei ah ah das können wir dahin bauen ok bauen wirs dahin geschützstellung ach du kacke das ist dann so eine wie hier oder wie so so können wir wenigstens verteidigen ich weiß auch nicht wie es hier ist mit dem angreifen und so bauen wir halt mal um es an zu gucken ne leute gib mir mal hier mehr 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 ziegel kann doch wohl nicht wahr sein aber immer noch genug ziegel kanonentour macht du kacke ähm ja spielstand gespeichert jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken diese steine müsste ja wieder wagen wie der oben ist da kann nur eins transportieren ne und der kommt grad zurück bei dem reicht's beim anderen wahrscheinlich auch naja das erzählen wir jetzt schnellere straßen bauen müssen hier sind eh 8 8 bretter wo man äh liefert anscheinend achio ähm ja was baumann die kirche oder ah ne kostet 25 baumann segelweberei was bringt denn das überhaupt bringt das hier irgendwas äh Brot Brot können wir herstellen ach gar nicht gesehen äh ja jetzt müssen wir erstmal gucken da ist es noch drin fahren wir mal hier hin 144 Felder ach ja ich will jetzt noch hier so ein Weg hin bauen geht das ach ich will jetzt noch hier so einen Weg hin bauen ja wieso wir haben doch Felder ja cool jetzt haben wir so einen Eingang ins Feld wo bauen wir den letzten hin da oh ihr arbeitet fahren wir noch eine Mühle hin okay platz das ist noch drin das ist noch drin und eine Bäckerei das ist hier auch noch drin kostet aber wieder Ziegel wahrscheinlich ja 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 Ziegel 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 also Ziegel ist Mangelware kann man denn nochmal vielleicht irgendwo eine bauen äh also ja Lehmgrube da oben bauen wir doch einfach mal noch eine oder oder so wenn wir hier so hoch brauchen wir noch ein Lager ein Zwischenlager aber bringen wir es überhaupt was oder müsste doch jetzt naja Moment da bauen wir jetzt noch zwei Ziegelsteine Fabrik und ein Lager zwischendrin ähm Lagerhaus so ne so zwischendrin zu wenig Arbeiter ok noch ein bisschen aufstufen so sieht man es doch besser hier so ah oh jetzt haben wir genug aufgestuft jetzt läufts gespeichert ja du belieferst die so da können wir ja hier gucken ob wir noch ein Ziegel bauen können ne 0 von 4 Lager ok passt das läuft jetzt glaube ich gut so was habt denn ihr ach das Bauernarbeitskräfte und das sind Arbeiterarbeitskräfte also brauchen wir noch mehr Bauern hoch also jetzt ach du kacke gut 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 müssen wir jetzt wirklich Balance finden guck mal die Holzfäller haben jetzt auch keine keine mehr hier hoch hier hoch hier hoch brauchen wir jetzt erstmal ein paar Häuser ne aber ich würd sagen das war's jetzt für diese Folge sehen wir in der nächsten Folge geht's weiter bis dann haut rein ciao 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 ciao